Steigende Druckgeschwindigkeiten sowie sinkende Einrichtezeiten sind heute zentrale Bedürfnisse im Drucksaal. Diesen Entwicklungen Rechnung tragend haben wir die weltweit anerkannte FOLARBASE H45 weiter optimiert. Mit der FOLARBASE H48 werden wir diesen Anforderungen gerecht. Die mikrostrukturierte Kleberbeschichtung ermöglicht ein müheloses Aufziehen der Folie. Das spätere Entfernen kann schnell und sauber erfolgen. Die temperaturbeständige Kleberbeschichtung weist eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit auf. Die neue Abdeckfolie verbessert die Lagerfähigkeit erheblich. Durch reduzierte Faltenbildung werden Staubanschlüsse weitestgehend vermieden. Detailinformationen entnehmen Sie bitte unseren technischen Informationsblättern. Mein Name ist André Strunk, ich bin Produktmanager der FOLARBASE für die Sparte Drucksaal.